so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die flashbang battery von nico feuerwerk schon fast ein echter klassiker geworden so von vielen pyros mit ganzen 90 gramm nehm gibt es viel zu sagen ganz normale so loot batterie seht ihr hier ohne teaser loot meine ich ist gut laut jetzt zum ersten mal auch bei mir und ja das war's eigentlich schon gekauft bei feuerwerk land natürlich unten verlinkt und jetzt würde ich mal sagen gucken muss mal die flashbang battery an und bewerten uns mal den knall oder gucken uns das mal an ich bin gespannt bis gleich so leute jetzt die flashbang battery von nico ja ich mache erst mal hier die dings ab noch schön am tag richtig geil das letter spielt relativ gut mit und jetzt gibt es die was geht also geil richtig geil haben wir teil jungs so Bis zum nächsten Mal.